Verfügt der Kran über das System Paltronic, so sind alle am Paltronic Display steuerbaren Funktionen auch am Funkpult verfügbar. Die Anordnung der Taster variiert je nach vorhandenem Funksystem. Die Funktionen arbeiten jedoch bei allen Anlagen gleich. Viele Modelle der Performance- und High-Performance-Kran-Generation sind mit der LED-Rückmeldung am Sender ausgerüstet. Die Paltronic On-Off-Taste, die HPLS-Taste sowie OLP-Taste haben dieselbe Funktion wie die entsprechende Taste am Display. Weiters sind am Display 3 zusätzliche Dioden angebracht, welche Informationen über den Schaltzustand bestimmter Kranfunktionen geben. Die Diode für AOS leuchtet grün, wenn das System aktiviert ist. Sie blinkt, wenn das System gerade regelt. Die Diode für Rückölverwertung leuchtet, wenn das System eingeschaltet ist. Die Diode für Stützenüberwachung ist aus, wenn der Kran unabgestützt betrieben wird. Sie blinkt, wenn die gerade aktive Kranseite nur teilabgestützt ist. Und sie leuchtet konstant, wenn diese vollabgestützt ist. Bei den meisten Modellen, über 30 Metatonnen, ist die Rückölverwertung des Schubsystems abschaltbar, um die Schubkraft in Steilstellungen bei verringerter Geschwindigkeit zu erhöhen. Die Rückölverwertung kann mit dem dafür vorgesehenen Taster deaktiviert bzw. wieder aktiviert werden.